Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Ja, weiter geht es jetzt hier in der letzten Welt und Madama Butterfly vertreten durch Bayonetta und sie ist auch aus der Bayonetta-Reihe und ich brauche einen starken Gegner, Nebelschutz, Giftwolke und ist auch noch ein Ausdauerkampf oder was? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ja. Oh, verdammt. Ah, du blöde Bayonetta. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Und weg. Das war wieder mal extrem knapp. Gefühlt knapp. Klar, war da noch Luft nach oben, aber... Da wäre trotzdem noch was Schlimmeres wahrscheinlich passiert, hätte ich nicht aufgepasst. Game & Watch. Äh, halt, stopp. Ich möchte wieder Heilung haben. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Ganz oben haben wir sie. Ja, wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Und wieder zwei weg. Oh. Oh. Was auch immer dafür gesorgt hat... Achso, das war ein Ball. Der komplett random anscheinend geflogen ist. Aber machen wir einfach mal, ne? Nintendo macht das schon. Garon. Vertreten durch Gannon. Halt, Moment. Giftboden. Ausdauerkampf. Aha. Na, komm. Wow. Und danke. Ah. Geschafft. Garon. Vertreten durch Gannon. Da Mio-Figuren sind, spricht man von... Das war jetzt mir zu schnell. Octoling, Oktopus. Nein. Ich will 3A. Ernsthaft? Maaaann. So. Jetzt stimmt's. Ah. Bei ihr zu. ja komm hoch komm und tschüss oktoling oktopus angenehm troppel so jetzt muss ich erstmal gucken habe ich jetzt hier aus der starfox reich pick mal denga da können wir sogar so lassen ist ja perfekt und vertreten durch vario so an weg ach so das ist sogar wolf ist niemand mehr nein alter wie schnell ist denn der geht doch geht doch wunderbar so muss das sein genauso und nicht anders der weg zu kyra ist versperrt wo komme ich denn da hin da runter und da habe ich dann ibi on earth found ja dann machen wir eigentlich mal platt ibi was hältst du davon die in die 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 Ah, schade. Und weg ist er. Das war Evie. Oder Eve? Evie? Hm. Naja. Was? War einer von der guten Seite? Oh nein. So, Meisterhand. Wie immer, nehmen wir da den, den wir am höchsten haben. Immer so auf die Meisterhand. Das ist nervig. Ach, komm. Na, komm, und weg. Okay. Okay. Und jetzt haben wir ihn. Bam. Yes. Ach, schön. Im Hintergrund konnte ich noch schön weiterkämpfen. Mit diesem Schild wird link selbst die mächtigsten Geschosse ab. Ah. Ah. Oh. Oh. Er öffnen sich mir neue Wege. Verstärkung für die Streitkräfte der Finsternis. Neue Camper warten auf dich. Ich will Ghoul nicht machen. Ghoul ist ätzend. Aber den hier möchte ich machen. Lunala. Wow. Ähm, Lunala, du gehst mir auf den... Oh, Lunala, du gehst mir echt auf den Geist. Na, komm her. Yes. Kann er noch hinterherwerfen? Ne, schade. Ich wollte noch den Stab hinterherwerfen. Er hatte gerade sein Smash-Ready. Das wäre echt gefährlich geworden. So, wen haben wir hier? Grimmige Gottheit aus The Legend of Zelda. Hier haben wir auch den 12.000er. Komm. Der war er. Den da. Moment, das auch noch? Okay. Das wird ein ätzendes Match. Das sehe ich jetzt schon. Ja, komm. Was zum... Wie zündet man die eigentlich? Yes. Bingo. Den habe ich jetzt leicht geschafft, aber den Ghoul, der ist echt... Und hier kriegen wir unseren letzten Kämpfer... Ach, Bayonetta. Hatten wir Bayonetta nicht schon bekommen? Hm, naja. Dann jetzt halt nochmal Bayonetta. Ich war der Meinung, wir hatten Bayonetta schon bekommen. Ganz normal. In der Mission. Aber kann auch sein, dass ich mich da täusche. Los! Los! Und tschüss. Und tschüss. Also spätestens jetzt hätte ich alle Charaktere freigeschalten. Hätte ich das jetzt in einem durchgezogen. Nicht immer nach jedem Part einmal raus und rein und raus und rein. Das ist natürlich eine der schnellsten Varianten. Na komm. Hauen wir crazy halt noch dazu. Warum nicht? Oh-oh. Oh. Und nochmal. Na gut. Yes, da haben wir ihn. Das war Crazy Hand. Ach, schön. Mensch, haben wir Crazy Hand auch noch in dem Part geschafft. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich. Schauen wir uns jetzt noch passiert. Und bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut herein. ? Okay. Schüchü